Salat mit grünem Gemüse. Alle Zutaten dieses Salats sind grün, was nicht nur gut aussieht, sondern mit dem Minze-Joghurt-Dressing auch hervorragend schmeckt. Zucchini und grüne Bohnen in einem Topf mit gesalzenem kochenden Wasser 7-8 Minuten kochen, abgießen und vollständig abkühlen lassen. Für das Dressing Naturjoghurt. 0 Knoblauch und gehackte Minze in einer Schale vermischen. Mit Pfeffer abschmecken. Der Salat muss sofort nach Dressing über den Salat gießen und Zugabe des Dressings serviert Zucchini und grüne Bohnen mit sofort servieren. Werden, da sich das Dressing sonst Paprika, Sellerie und Brunnenkresse in nach einiger Zeit absetzt, einer großen Servierschüssel vermischen.